Hallo, mein Name ist Elmar Feuerabend und ich bin Betreiber von Speedway Anderson Sun in Ottobrunn. Und was ihr hier im Hintergrund bei mir sehen könnt, ist der Slimionic Air. Ich habe Slimionic jetzt schon seit, ich würde sagen, gut acht Jahren bei mir im Programm. Am Anfang war es ein Zusatzmodul für andere Geräte im Bereich Bodyforming, um eine Lymphdrainage durchzuführen, um andere Anwendungen einzuleiten. Und irgendwann habe ich doch entdeckt, dass man auch Slimionic so als Einzelanwendung den Kunden anbieten kann. Das war wirklich sehr erfolgreich. Ich muss sagen, das Slimionic hat sich mittlerweile zu dem Gerät entwickelt, was von den Kunden am liebsten genutzt wird. Ja, sie alle genießen es, sie alle wollen immer wieder diese Hose rein, weil es sich so angenehm auch anfühlt. Und ich kann sagen, hat eine einige Erfolgsgeschichte bei mir hier im Studio. Ich habe, wo ich das Gerät damals gekauft habe, ich habe gut vier Monate gebraucht, um es zu amortisieren. Das ist natürlich fantastisch. Und jetzt auch mit dem Slimionic Air kann man wirklich sagen, man macht sehr gute Umsätze. Man wird natürlich auch von Beauty Loomis dahingehend sehr gut unterstützt. Ja, durch das Marketingbündnis, ja, durch Werbeschaltung in Zeitschriften wie der Gala oder der Bund. Das ist natürlich fantastisch. Das könnte man als Einzelkämpfer so gar nicht realisieren. Ja, deswegen, also wer sich überlegt, so ein Gerät sich zuzulegen, unbedingt auch die Marketingunterstützung der Firma mitnehmen. Und ich kann nur sagen, mit dem Slimionic habe ich sehr, sehr gute Ergebnisse über meinen Kunden erzielt. Ja, egal, also in Verbindung mit einer Diät kann man fantastisch die Umfänge reduzieren, das Hauptwelt verbessern, was er wieder aus dem Webe rauskriegen. Und ja, Slimionic ist wirklich ein klasses Ding, wo man gemäß meinem persönlichen Motto im Studio schneller, besser aus und wirklich sehr schnell gute Ergebnisse bei Kunden erreichen kann. Danke.